Amerikas zweiter Bürgerkrieg beginnt im Cyberspace. In der gesetzlosen Welt des Internets sind sie unsere erste Verteidigungslinie. Aber wenn der Kampf gegen Cyberterroristen außer Kontrolle gerät, werden sie selbst zur Zielscheibe. Wohin flüchtest du, wenn deine Verfolger dich überall sehen können? Wohin flüchtest du, wenn sie in deinen Computer hineinschauen können? Wohin flüchtest du, wenn sie deine Gedanken lesen können? Vom Autor des Bestsellers Der Tomorrow Code kommt der neue fesselnde Technik-Thriller. Angriff aus dem Netz von Brian Faulkner. Als sich Amerika in den Kampf stürzt, sind sie unsere einzige Hoffnung. Aber um die Welt zu retten, müssen sie sie vielleicht zerstören. Im Cyberspace können dich alle Schreien hören. 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 Untertitelung des ZDF, 2020